Das Format mit einem Springer, einem Kombinierer und einer Springerin ist auf jeden Fall voll lässig und cool im Team. Der Sprung war wieder sehr gut, hat gut gepasst. Schauen wir mal, was der Klemmel macht. Das war jetzt auch ein super Sprung. Ich habe gestern mit dem Trainer geschaut, was ich verbessern kann und das habe ich jetzt auch gut umgesetzt. Jetzt habe ich es einfach geschafft, dass ich den Oberkörper und den Hintern gleichzeitig auslöse und halt besser hin. Ich habe mich ein bisschen mehr geduldet im Absprung und der Wind hat auch gut gepasst, glaube ich. Er hat sich gut hingekauft. Das hat mir auch voll gefallen und dass er eine Medaille ausgeschaut hat, ist nochmal umso cooler. Das Ziel, dass wir eine Medaille machen, ist jetzt aufgegangen und über das gefreut ich mich ins Volle. Für die jungen Sportler das erste Mal, dass sie auch Verantwortung für eine andere Disziplin mittragen und das haben sie bravourös gemeistert und das gefreut mich. Die Bronze meta-eisende streiten sind in Austria. Julia Huber. Florian Dung. Klemens Leitner. Ja, es fühlt sich super an, mit dem Team eine Bronzemedaille zu holen. Das zeigt ja, dass wir zusammen richtig stark sind und das ist echt geil.